Herr Kudoba, was steht auf Ihrem Messestand im Mittelpunkt? Auf der einen Seite, als österreichischer Baumaschinenhersteller, natürlich die Produkte, die wir in unserem Produktionswerk in Hörsching produzieren, wie Tampa und Baga. Auf der anderen Seite natürlich die Zero-Emission-Produkte. Durch was zeichnen sich Ihre Produkte besonders aus? Die Zero-Emission-Produkte, wie die neue Vibrationsplatte, Akkubetrieben, AP1850, vor allem durch erwartungsfreien und emissionsfreien Antrieb, die auf diesem Gebiet eine Weltneue darstellt. Wer ist Ihr typische Wacker-Neusohn-Kunde? Gibt es da einen? Ja, hoffentlich zufriedene. Ist die Mavev-Show für Sie eine Verkaufsveranstaltung oder hat sie für Sie repräsentativen Charakter? Die Mavev-Show für uns als österreichischer Baumaschinenhersteller ist beides. Wir repräsentieren natürlich die österreichischen Produkte, aber wir verkaufen auch einige Geräte. Konnten Sie schon Verkäufe erzielen? Ja, konnten wir. Glücklicherweise. Sind Sie nächstes Mal wieder dabei? Auf jeden Fall. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank.